Also, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, zum Abschluss der Trainingseinheit, mit dem Jungspund, eben. Das Spiel geht folgendermaßen, wir haben zwei, vier, sechs, acht Bälle am 16er liegen und es geht darum, dass jeder Ball idealerweise direkt ins Netz geschossen wird, also ohne aufzuspringen, ohne Latte, wie auch immer. Ich glaube, die ersten acht Durchgänge habe ich gewonnen, die haben wir jetzt nicht aufgenommen, deswegen machen wir jetzt den Neunen für ihn. Ihr seht, was bei rauskommt. Ja, viel Spaß. Willst du anfangen? Ich fange an. Ich fange an? Okay, fange ich an. Das ist so groß, ehrlich. Das ist auch ein Zeignis. Das ist auch schön. Du musst aber auch aus dem Bild gehen, damit du es siehst. Ja. Oh! Ein. Zwei. Jetzt schieß ich dir noch raus. Drei. Vier. Fünf. Drei. Sechs. Drei. Drei. Ganz so schlecht, ne? Sechs von acht. Also nur noch mal als Recap, 6 von 8 bei mir, die 2er ist auch mit Absicht natürlich ein bisschen einfacher geschossen. Jetzt schauen wir mal zu, wie es der Junge immer macht. Viel Spaß. Oh, jetzt muss er schon zum Gleichstand. Weil ich die ersten 2 verkackt. Mama, bitte Neude, bitte. Bitte. Weil du trainierst es. Ich trainier das gar nicht, ich trainier das mit dir. Bis zum nächsten Mal.